So, da wären wir wieder. Wir fahren fort mit unseren Mordaufträgen. Ja, und wir legen direkt mal los. Ja, hier ist unser Einstiegs- und auch unser Fluchtpunkt. Wir sind wieder in St. Petersburg. So. Mal auf die Karte gucken. Ist dahinter was? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So, wir brauchen hier. Ach, komm. Ja, ist ja gut. Boah, weißt du was, du gehst mir auf den Sack. Ach, verdammt. Ach, man. Ah, ich muss einfach direkt losrennen. Hm. Hm. So. Erste K-Bomb. Zweite K-Bomb. So, und jetzt verschwinden wir im Gulli. Ja, das interessiert die Leute hier nicht, wenn man in den Gulli reingeht. Das ist auch nicht verdächtig, oder so. Nein. Äh. Okay. Das wird der Ausgang sein. Es ist wirklich nur viel Rennerei in dieser Mission. Jawohl. Und hier rein. Jawohl, da steht das Auto. Ja, ich hab mich wieder ein bisschen umgeguckt in der Mission. So wie es... Wunderbar. So. Und der nächste parkt... ...da oben. Da komm ich nicht. Da muss ich da hinten raus. Das wäre der da. Ja, dann lauf ich mal los. Ja, ich zeig euch nur, damit ihr wisst, welchen Gedankengang ich hab. Oh, ist das jetzt nachher nachher hin. Junge, mach mal deine Krawatte richtig, so. So viel Zeit muss sein. Ich hoffe, ich komm jetzt überhaupt lang. Ja, Gott sei Dank. So. So. Dann müssen wir... Darüber und dann dadurch. Hopp. Hopp. So. Was hab ich denn dabei? Okay. Und hoch, 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 hoch. Das ist jetzt, glaub ich, wie bei Bloodman in der ersten Mission von Hitman 1. Und... Fuck. Falscher Goody. Verdammt. Ich hoffe, ich hoffe, ich muss das jetzt nicht neu machen gleich. Ich zeig auch noch den richtigen Goody an und lauf zum Falschen rüber. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Nein. Hitman. Da lang. Ich hoffe, ich muss das nicht alles neu machen. Ich werde das wohl schön in ein Video reindrücken. Ich habe leider mein Betäubungsmittel vergessen. So. Deshalb muss er jetzt gleich hier sterben. Verdammt. Wieder falsch. Verdammt. 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 Ah, ich glaube, dass ich das nochmal machen muss. Den da brauche ich. Ah, gut. Ich glaube, er kommt. Der geht nämlich jetzt pinkeln wieder hier. Ja, er kommt. Sehr gut. So, eine Bombe ist schon mal platziert. Tut mir wirklich leid um dich, aber... Es muss sein. Es muss sein. Ne, hat keiner reagiert. So, dann schnell als Chauffeur zum Auto. Hi, Leute. So, was rennt er denn jetzt hier rüber? Ja, ist ja gut. Wo kam er denn jetzt auf einmal hergerannt? Pfff! Basten, Kind, ey. Der ist mir jetzt echt bis hierhin nachgerannt, ey. Das war jetzt aber gefährlich knapp, ey. So, bin ich hier richtig? Jawohl. So, und wieder weg hier. Die Mission wäre dann so gut wie erledigt. Ich glaube, das werden zwei Videos. Boah, verdammt. So, wo komme ich jetzt überhaupt her? Ah ja, die gehen jetzt. Sobald die Autos losfahren, macht's... Boom! Das war nur meins. Und beim anderen macht's jetzt hoffentlich auch gleich Boom. Ich weiß gar nicht, wer jetzt zuerst tot ist. Na, egal. Und der zweite ist tot. Hier we go, 47. Mission erfolgreich beendet, jetzt heißt es nur noch entkommen. Mal auf der Karte gucken, was so da los ist. Okay. Sehr gut, die Mission erledigt. Und damit wäre meine Aufnahme für heute... Okay, wir haben inzwischen schon den nächsten Tag. Ein Uhr ist es jetzt gerade. Erledigt. Und, äh, ich mach dann später die nächste Mission. Ich glaub, die war etwas umfangreicher. Ja, da sieht man das brennende Auto. So, und Tschüssikowski. Und wir verlassen St. Petersburg mal wieder. Professional. Na, weil ich den Unschuldigen getötet habe. Zehn Minuten. Ja, passt ja noch. 47, Diana hier. Brilliant. Our client is most satisfied, but is still in a hurry to stop the last two generals before they get close to the truth. We've received information that one of the generals, General Mikhail Badachenko, is interrogating people in the basement of the military facilities just off Nevsky Prospekt. The video was recorded by a security cam almost two days ago, so we have to hurry somewhere in the multi-level mace of corridors, you will find your target. Make sure the prisoner being interrogated escapes unscathed. Your equipment is in the supply yard near a crate marked FCK, just behind the main entrance. Security is beefed up because of rumors of an impending assassination attempt on the General. So, once you've completed your mission, there's only one way out. Blast your way through a wall out into the sewers and return to the subway. Okay, we've located the only place where the walls are thin enough. It's marked on your map. Keep it clean, 47. Ja. So, jetzt sehen wir gleich unser Ziel. Ja, Koxer. Kiffer. Ach, wieder der CR-Agent. Den wir immer wieder befreien müssen. So, auch diesmal wieder. Ja. Okay, wir sehen uns dann wieder. Tschüss.